Fahren Sie eigentlich auch so gerne Bus wie ich? Das ist doch toll, da kann man so ein Verschiedenes ganz Tolles erleben. Vor allen Dingen die kleinen Sticheleien von einem schwäbischen Ehepaar, die den ganzen Bus unterhalten können. He Sie, He Sie, sind Sie der Busfahrer? Könnten Sie noch die Dier noch mal Luft machen? Oh, oh, heide! Oh, das hat jetzt aber gezepft. Herr Busfahrer lässt sich gleich offen, bevor mein Alois auch seine Gäschle reingeklemmt. Oh, also, ja, wie, Helene, auch im Omnibus unterwegs. Was, dein Albertlik gelassen? Kranke! Oh, das ist aber schade, das tut mir leid. Das gönne ich dem. Ja, Elfriede, dann musst du jetzt da nicht gucken selber von der Stadt heimschleifen. Oh, was doch du es so im Kreuz hast. Das tut mir aber, Leute, das gönn ich dir. Weil die, die hat ja Einbildung wie ein Rostbohr auf der Königstrasse. Und das bloß, weil ihr Mann im gehobenen Dienst bei der Stadt schafft. Puh, mein Alois, der könnt auch bei der Stadt schaffen, soll marschig, wie der isch. Alois! Komm mal jetzt endlich, aber jetzt ein bisschen zackig. Mach doch nach, wenn du weißt, was langsam bist. Ja, ich beril mich ja schon. Wir könntet schon Busfelder fahren, Mensch. Ja, wenn du nicht so gerennt wärst, können wir jetzt ganz gemütlich auf der Nächste warten. Ja, du bist gut. Ich hab doch nicht gestern Abend umsonst minutiös den Einkaufsplan g'macht. Bis wir in alle Läden rum sind. Der Samstag isch ruckzuck vorbei. Bis wir alle Sonderangebote abklappert renn. Ja, und dann hast du erst wieder mit Alice. Wie meinst du das? Weil mich nochmal losgeschickt hast, ein Brot holen. Ja, wenn wir kein Essen mehr haben. Ja. Ja, und dann hän ich ja gesagt, wenn sie Euer haben, dann bringst du Sex mit. Siehst, und das hän ich gemacht. Mich kann mir halt etwas anweisen. Mir kann mir einen Auftrag geben. Den führ ich aus. Ich hän Brot geholt. Sechs Stück. Wie, du hast Sexbrot geholt? Du hast doch gesagt, ich soll Brot kaufen. Und wenn sie Euer haben, dann soll ich Sex kaufen. Die hän Euer gett. Das glaub ich jetzt nicht. Boah. Bio, Euer, Bodenhaltung, freilaufende, braune, weiße, die hän Euer gett. Das glaub ich jetzt nicht. Ich kann mir doch gar nichts anweisen, oder? Also, du bist doch echt der Dümmste im Flecken. Pfff. Wieso? Du wohnst doch auch dort? Also, mein Mä, der muss ein Bruder hän. Weil Euer' leu kein gar nicht so blöd sein. Komm komm, du hast auch zwei Schwestern. Ach, mach mich nicht narrt, bis ich bloß wieder in den Bus eingestiegen bin. Ich kann dir sagen, Mähle, letzte Woche hab ich so einen Ausfallschritt in der Bus reinmachen Müsse, dass wir fast mal ein Playliss an der Hose verrissen hät. Hui, das wäre ein Schade gewesen, wenn sie das Frode-Teil verrissen hätt. Kannst froh sein, dass du nicht mehr so jung bist, wie die junge Frau, wo da grad rumtanzten. Warum? Die hän keine Frode-Teil mehr, die hän Stringlen. Die hän bloß so ein Bindel durch. Die hän jetzt schon eine gseh, die ist in den Bus eingestiegen, den hoher Schritt in den Bus eingemacht. Dann hat's derer Stringlen verrissen. Derer hat's den Bindel an Guschen angeschnellst, so schnell hätt ich gar n Gucke kenne. Also, neu. Und eure Freundin hat's zweimal an Guschen angeschnellst. Hat die zwei Stringlen angeschneht? Neu, die hat's Strapse angeschneht. Links und rechts hat's derer an Guschen angeschneht. Also, was du alles beobachtest und umeinander guckst, guck lieber noch am Sitzplatz in den hätt gern nahe hocken. Dahinter? Spinnst du a bissle, da hock die Helene, da hock i net nahe. Wieso? Montags hockst du auch zur Helene nahe, wenn sie zu dumm dir den Fressen einlädt? Das isch unser Nachbare, der bleibt ja nix anders, bevor sie über mich sich z Maul verreist. Na gang i halt nahe. Ja, da hockst du halt vorne nahe. Natürlich vorne. Hätt i schon immer wollen. Vorne in der Bus nahe hocken. Ja, natürlich. Das is super. Vorne nahe hocken. Der Bus fahrt doch noch garnit. Meine Güte. Hör doch a mal auf, i händ des ja bloß ironisch gemeint mit vorne nahe hocken. Wie ironisch. Ja, i will ja garnit vorne nahe hocken. Ja, dann sag's doch auch net. Aber er soll nie wissen, was du meinst. Einmal sagst du, willst hinten nahe hocken und einmal vorne. Oh, Mähle, i händ des doch bloß, i händ des bloß gsagt ab, i händ des ja garnit so gemeint. Wie, wenn ich vorne nahe hocken will? Ja, weil's grad gsagt hasch. Oh, i stell dir mal vor, mir hocken d vorne und jeder, wo reinkommt, kann i zuwenken. Und jeder sieht, dass wir mit dem Omnibus fahren müssen. Und warum? Weil du keinen Führerschein mehr hasch. Ich ha nur den Aufforderungen des Polizisten nicht Folge geleistet, weil er so freindlich war, so hilfsbereit, so zuvorkommend, da dacht des kehr kein echter Polizist sei. Und so war's auch. Des is Problem, ich, ich hätt der Aufforderung Folge geleistet. Ja, du, hätt schon überhaupt einmal den Führerschein gemacht. Ich hab mehr Stunden wie du. Nädige Frau, händ Sie auch den Führerschein? Ja, darf ich Ihnen mal einen Stehplatz anbieten? Hä, sag mal, was wird jetzt des? Wieso bendelst du jetzt da? Ich hätt überhaupt nicht bendelt. Ich hätt'n wähle, dass die hat nämlich der Führerschein. Was hätt'n wähle? Ich hätt'n wähle, die hat der Führerschein. Was hätt'n wähle? Ich hätt'n wähle, dass die... Was hätt'n wähle? Ich hätt'n wähle, dass die... Ich kenn' dich. Während Äpfelgott galt auch ein Zwetschge. Ich hätt'n wähle. Ich hätt'n wähle. Ich hätt'n wähle. Ich hätt'n wähle. So was. Glaub' ich doch nicht. Das Äpfel hätt'n wähle. Ich hätt'n wähle, wie die Althutzel, gell? Das hab' ich gehört. Ja, ich hätt'n ihr nur gesagt, dass ich jetzt auch gerne Äpfel verputzete hätt. Ja, freilich. Dir hätt'n heut'n Brotkorb her. Das könnt'n ihr sagen. Ja. Ich hätt'n auch die Wurst ohne Brot essen. Das isch kein Problem. Boah! Sag'n mal, ich da. Guck'n mal. Die da vorne. Hä? Ist das du mit denen Stringlen da? Das junge Fräulein. Mit dem langen Zopf da. Wo ein Zopf hat wie Rapunzel. Blonde, lange Haare. So ein richtig fetter Zopf. Siehst du du? Ja, die seh' ich. Aber die war's net. Aber das isch auch net Rapunzel. Ja, da kein Zopf wie Rapunzel. Rapunzel war schwarzhaarig. Nein, Rapunzel war blondes. Weiss ma. Ach, schwätz' doch net draus. Du behauptest wieder Sachen, die überhaupt net war sind. Rapunzel war schwarzhaarig. Nein. Ist doch logisch. Das hör's doch schon am Namen. Rapunzel. So isch doch keine Schwäbin. Rapunzel. Das isch eine Rumänin g'wes. Eine schwarzhaarige. Rapunzel war blond. Die muss ja da blond gewesen sein. Wieso muss die blond gewesen sein? Ja, weil jede andere hätt der Schlüssel nahe geschmissen. Mann. 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 Ui. Ständ' mal breiter nach, da drucken die Leute rein. Ja. Ui. Letztes Mal war es voll, da hast du die Haltestange oben gar nicht mehr gesehen. Die war dreilagig voll mit lauter Händen. Wenn du in den Bus eingestiegen bist, musst du schon die Arme aufmachen. Einen Bus hast du gar nicht mehr aufgebracht. Das stimmt. Da bin ich drinnen gestanden. Neben mir ein Schulerbuch mit einem Scout-Schulrenzen. So ein Plastikkoffer. In jeder Längskoffer hat jemand die Hand unter den Rippenbogen unterdruckt. Hinter mir ein altes Mütterle mit einem Triumph-Hebewerk. Mit Stäblen. Auf jeder Seite drei Stäblen. Ich kann euch heut noch mal zeigen, wo die Stäblen gewesen sind. Und vor mir ein Junges Freilein. Schwarze Pömsle, so hohe Absets. Und dann eine Nylon-Strumpf-Hose. Ein schwarzes Mini-Lädereckle. Aber Mini, grad so breut wie ein Girtel. Ein weißes Spitzenblüsle. Oh. Kugel hat ich kett. Der oberste Knopf hat grad zum Tor kett. Und ein Gesicht. Ein Gesicht hat ich kett. Gut, was hat die jetzt für ein Gesicht kett. Ich glaub, so weit genug hab ich gar nicht mehr geguckt. Das glaub ich auch. Auf jeden Fall ist die vor mir gestanden. Und dann hab ich gesagt, Freilein, sie dürfen sich auch gern bei mir oben festhalten. Nein, nein, sie hätt schon einen Haltegriff gefunden. Und ich sag, ja, ich weiß, ob ich schon seit zwei Haltestellen aussteigen sollte. Ich fahr heut mal rückwärts und guck, was händen passiert. Ja, das machst du. Das glaub ich doch jetzt nicht, oder? Das ist doch mal wieder typisch. Weißt du, Alois, da gucket ihr Männer, eine Frau auf der Hände und dann denkt ihr, boah, was für ein Arsch. Ja. Das machen wir Frauen auch. Ehrlich? Bloß gucket mir eigentlich Männer ins Gesicht. Heidebohnen. Glaub ich ja gar nicht. Elspeth, was ist denn das eigentlich für ein Tierle? Das ist so drei Zentimeter groß, schwarzerhaariger Körper, mit so dicke Haare drauf, so sechs blauen Beine mit Widerhaken vorne dann und so große vorstehende Klubsaugen. Kennst du das Tier? Nein, das kenn ich nicht. Und seit wann machen wir während dem Omnibus-Fahrer auch noch einen Gewitz? Ha? Ha, so einen Blödsinn kenn ich auch nicht, will ich nicht kennen das Tier. Hätt ja sein können, du kennst's, nachdem es bei dir da am Kragen rumkrabbelt. Was? Dann mach's weg! Ja, das ist doch ein Ei. Ja, dann holt's raus. Du darfst ja sonst auch nicht neilangen. Da unten krabbelt's am BH. Ja, komm, holt's raus. Auf, los! Behälte! Na, die muss gucken. Ja, ist das oangenehm. Sag mal, hast du neue Schuhe? Ach! Die kenn ich gar nicht. So ein Geschwätz. Komm mal. Oh! Hast du knacken gehört? Das krabbelt nicht mehr. Uuuuui. Das ist jetzt aber äggelich. Uuuuuh. Pfui. Da musst du warten, bis's neidruggelt ist. Dann fällt's weg. Das ist jetzt aber echt oangenehm. Boah! So isch, wenn man Animal Printen hat. Da weisch nie, was für Viechzeug noch drin guckt. Hey! Hey! Bremst doch net so, du Bachel! Herr Busfahrer! Jetzt hat's mir mal in ganze Buse verdruckt. Das ist net schlimm. Der hängt sich bei dir wieder raus. Musst zweimal hochhocken, dann passt's wieder. Aber mir hat's meine ganze Tasche im Bus verdreilt. Herr Busfahrer, henn Sie Ihren Führerschein im Lotto gewonnen. Mensch, da stimmt gar nix mehr. Auffahren mal weiter jetzt. Ja, eben. Bissle Gas geben. Guck mal, der kann gar net weiterfahren. Wieso? Siehst net, in der Unterführung henn Sie eine Baustelle eingerichtet. Da henn Sie die Höhe jetzt auf 3,10 m reduziert. Ja. Soll er halt trotzdem fahren? Oder siehst du irgendwo Polizei? Du bist doch eine Trulla. Der Bus ist 3,12 m. Durchfahrt 3,10 m. Da passt er nicht mehr durch. Hey, Busfahrer, lass doch ein bisschen Luft aus den Reifen. Na langt's vielleicht. Du bist doch blöd, oder? Den Pfälz doch net unten, den Pfälz doch oben! Hello! Ja, ja, meine Damen und Herren. Unsere Gscheitle ist mit dem Bus unterwegs, da kann man was erleben. Und diese Woche sind die sogar mit dem Bus, was sehr vernünftig isch, nach einer Besenwirtschaft nach Ulbach g'fahren. Da sind sie da vier Stunden drinnen g'sessen, und da hat Elsbeth gesagt, Alues, jetzt tränk's aus, du hast genug getrunken, ich gang noch g'schwen auf die Toilette, und dann gehen wir auf der Bus und fahren daheim. Dann ist sie da aufs Lohn ausgegangen, der Alues hat sich noch mal alles einschenken gelassen, der Bus fährt doch in ne paar Minuten. Dann sagt er, jetzt mit kein Problem, das tränk ich aus, komm, jetzt gangen wir. Dann sind sie vorgewandt, ganz langsam Richtung Bushaltestell, und da wollte der Bus grad wegfahren. Dann ist der Alues hat sich losgeeist, ist vor, hat an die Tür nageschlagen, und hat gesagt, Herr Busfahrer, Entschuldigung, täten Sie uns noch mitnehmen? Dann hat der Busfahrer rausgeguckt und hat gesagt, ja, Sie können einsteigen, aber Ihr Affe bleibt draußen. Dann hat er g'sagt, sich Elsbeth, es hat ihm ihr klein denkt, dass ihr die heut nicht mitnehmt. Meine Damen und Herren, Elsbeth und Alois G'scheitle, Birgit Pfeiffer und Markus Neuweiler vom Bagnaner-Kanneral-Club. Auf Euch ein dreifach kräftiges G'scheitle! Hello! Bus! Hello! Bagnaner! Hello! Und raus mit Euch in sieben Minuten fährt er ab, der Bus vor der Halle. Abonniere! Abonniere!